Hunde bekommen wahrscheinlich keinen Taucherschein, doch für ihn kann man durchaus eine Ausnahme machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Straßenhund, vor dem man sich wirklich fürchten sollte Ein Diensthund bei der Arbeit Mein Hund Wenn sie nicht in Stimmung ist und du merkst, dass es jetzt besser ist, einfach zu gehen Du wirst du ruhig sein, dass wir auch in der Mitte haben, dass wir auch untertitelung des ZDF, 2020 Der eine schüchterne Typ auf einer Party. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Perfektes Gleichgewichtsgefühl. Ein Vorbild für Harmonie. Beim Zurückspulen sieht es nicht mehr so lustig aus. Das ist 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 nicht mehr so lustig aus. Beziehung nach einem Jahr. Das ist nicht mehr so lustig aus. Hier ist der, der mein ganzes Essen auffrisst. Schreibe in die Kommentare, an welchen deiner Freunde er dich erinnert hat. Und gib uns ein Like, wenn du dir bis zum letzten Moment sicher warst. Das ist nicht mehr so lustig aus. Für ihn ist es nicht mehr so lustig aus. Für ihn ist es so etwas wie Vögel, die Krokodilen die Zähne putzen. Das ist nicht mehr so lustig aus. 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 Ich bin�. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Erzähl ihm davon, dass man sein Essen 20 bis 30 Sekunden lang kauen soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht so aus, als würden sie einfach nur diese Tür hassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer hier mit wem Gassi geht. Eine Anleitung, wie man gleich vier gute Jungs gleichzeitig auf einem Moped mitnehmen kann. 30 Sekunden. 5-9. 5-9. 5-9. She's so vicious. Teste deine Reaktion und versuche, die Rasse zu bestimmen. Gib uns ein Like, wenn du es doch noch geschafft hast. All right, I'll just throw it. Ein Trick, der nicht nur bei kleinen Kindern, sondern auch bei großen Hunden funktioniert. Musik 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 Musik